Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Möbius Final Fantasy. So, wir starten direkt mal mit dem täglichen Einsammeln. Finden wir alles mehr als okay. So, dann direkt zurückspringen, oben die Einsammeln, damit wir das nicht vergessen. Dann springen wir weiter. Ich frag mich eigentlich, wieso wir das überhaupt hier da durchkämpfen, weil irgendwie anscheinend ja das doch so schon funktioniert. Wir gucken mal die nächste Seite. Wir nehmen direkt mal den Anima. Ja, was soll ich großartig sagen? Sechs Runden, die erste haben wir schon geschafft, also auf in die zweite. Dann wollte ich noch kurz nochmal ein kleines bisschen an Überlegung in den Raum werfen. Wie findet ihr die Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe oder was würdet ihr lieber mal sehen? Also ich habe auf jeden Fall verschiedene Sachen geplant und ich hoffe, dass ich die auch demnächst mal spiele. Allerdings halten eben halt die Spiele, die ich zurzeit online bringe, mich ganz schön auf Trab. Und dann sind ja auch die Wochenenden, die ich ja leider nicht so viel Zeit habe, wie ich aber gerne hätte und irgendwie muss man das Wochenende doppelt so lang gehen wie die Woche. Das wäre zumindest sehr nice. So, wir sind jetzt in der dritten Runde. Die Gegner sehen immer noch recht gleich aus wie die, die wir sonst in den ersten und zweiten Kapitel hatten und im dritten, ersten Teil des Kapitels. Ich habe überlegt, wie man manche Spiele vielleicht auch interessanter kriegt oder was für Spiele ich mal als Spielevorstellung bringen könnte. Ich habe jetzt einiges überlegt. Ich habe mir überlegt bzw. mache auch schon Pläne, wie ich herangehe an manche Sachen. Ich möchte jetzt alles ein bisschen professioneller machen. Ich werde wählerischer. Sonst habe ich immer so gedacht, ja, Mittelmaß ist okay, aber jetzt heißt es wirklich mal ein bisschen ernster werden, ein bisschen auf die Tube drücken, damit da auch das Beste rauskommt. Und deshalb werde ich auch ein bisschen was noch hier und da verändern, machen und tun. Der Kanalbanner gefällt mir immer noch nicht so, wie er ist. Deswegen werde ich eventuell, ja, sollte bald mal wieder ein neuer kommen, aber ich bin noch in der Übung. aber zur Zeit, ich kann einfach nicht alles gleichzeitig, deswegen, sobald mir was einfällt, was ich machen könnte oder so, wird dort hinzukommen, ansonsten bleibt das erstmal so wie es ist. Ah, die beiden Gegner auf eins, jo. Aber dafür die letzte Runde, das ist doch schon ganz okay. Also vom Leben her finde ich, was wir jetzt hier zur Zeit haben im Spiel, ist hervorragend. Die Karten bin ich auch sehr zufrieden mit, allerdings könnten die natürlich noch ein bisschen weiter leveln, ist klar. diese Jobkarte werde ich auf jeden Fall als meine Lieblingsjobkarte weiterhin so behalten, wie sie ist. Ich finde es einfach toll. Also ich bin wirklich sprachlos, also ich finde das wirklich geil und ich habe auch überlegt, ob ich das auch auf dem Handy anfange, allerdings, ja, ich habe ein bisschen Platzmangel auf dem Handy. Das heißt, es funktioniert gar nicht. Leider. Hier haben wir ein bisschen noch hochgekriegt, das ist schön. Was für Karten haben wir gekriegt? Auch okay. Und wir haben jetzt 50 Mystik-Tafeln, also Mystik-Tafeln. Ja, ist auch okay, ist auch okay. Ich weiß gar nicht, ob das da noch irgendwas bringt, wenn wir da kämpfen, deswegen werden wir das jetzt mal ganz schnell noch machen. Ich wünschte, ich könnte vorspulen, beziehungsweise im Spiel selber da bestimmen, schaffe ich es oder nicht. Soll ich mir eine Prozentzahl sagen, ja oder nein, also 70 Prozent oder so, dann würde ich nicht sofort fertig machen den Kampf, aber so eine Option gibt es leider nicht. Wir haben jetzt sieben Runden, die zweite Runde hat angefangen. Eine Karte haben wir schon, das ist ja schon mal nicht schlecht. Da haben wir die zweite Karte, das ist ja auch sehr, sehr gut. Na, greift doch schon an. So, auf in die dritte Runde, damit haben wir schon fast die Hälfte. Das ist auch sehr schön. Oh, ein einzelner Gegner mal in der Runde ist auch sehr schön. Die hellblauen Hörner, also diese blauen Hörner, die gefallen mir richtig gut. Die sehen da richtig gut gerade aus. Mal was anderes als ständig immer dieses Rot. Jetzt sehen die grün aus. Also das ist jetzt ein neuer Gegner, das ist eine neue Runde. Jetzt ist jetzt die vierte Runde. Und jetzt sehen die ein bisschen grünlich aus. Ja, die sind grün. Eben waren sie blau, jetzt sind sie grün. Und wieder eine Karte, sehr cool. Auch für die nächste Runde ist es der Wahnsinn. Und wieder regiert das grün. Na, hau ihn doch endlich um. Schwere Gebot. Noch eine Karte, sehr schön. Na, da haben wir ihn schon. So, die vorletzte Runde. Oh, zwei Digge. Ei, ei, ei. Die müssten wir aber schnell kriegen mit den Massenschaden. Bevor die explodieren. Darauf bin ich nämlich nicht so scharf drauf. Eiswechsel. Ah. Verdammt. Also Eiswechsel war echt jetzt eine fiese Attacke. Wow. Das hat's gebracht. Guckt euch oben meine Leiste an. Das ist alles voll. Geil. Ein kleines Stück noch. Sehr schön. So, auf in die letzte Runde. Was haben wir da für Gegner? Ah, die beiden. Wow. Okay. Ich denke, die kriegen wir auch hin. Der Charakter ist einfach schon super. Ich liebe meinen echt. Also, wenn es nach mir ginge, würde ich von morgens bis abends nur dieses Spiel spielen und nebenbei so, ja gut, Hero Zero und Shakes und Fidget weitermachen. Das ist klar. Ohne die beiden erlebe ich selten einen Tag. Also, irgendwie jeden Tag Shakes und Fidget und Hero Zero gleichzeitig am Spielen. Das ist schon sehr herausfordernd. Aber ich mache das ganz gerne. In Hero Zero will ich auf jeden Fall Level 400 schaffen. Und das ist jetzt so mein Ziel. Und in Shakes und Fidget muss ich sagen, ich weiß es nicht. Irgendetwas. Irgendwie. Fünf Karten. Sehr schön. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nehmen wir einfach mal die direkt und starten. Soll nämlich angeblich gar nicht so schwer sein wie die anderen drei jetzt. Ich bin gespannt auf letztes Gefecht, was das jetzt ist. Eigentlich ist alles abgehakt und das heißt, es ist fertig. Aber ich war da definitiv nicht. Oder habe ich das verpasst? Leute, schreibt das mal in die Kommentare. Mache ich das jetzt doppelt oder so? Weil ich war da eigentlich gar nicht. Ich habe dann weder gekämpft noch sonst irgendwie. Vielleicht ist das auch ein Anzeigefehler. Jetzt erst noch herauszufinden, ist glaube ich zu spät. Weil ich ja irgendwie ja jetzt schon da bin und kämpfe. So, irgendwie. Wow, das war schon die zweite Runde. Jetzt sind wir schon in der dritten von fünf. Jetzt haben wir noch die drei Gegner hier. Waren noch drei, ne? Ne, waren mehr. Fünf. Ja, jetzt ist noch einer, entschuldigt. Jetzt ist noch einer. Mit wieder richtig grünen Hörnern. Es sind immer vier Hörner, das ist immer ganz interessant. Ordentlich Schaden verteile hier. Das ist richtig toll. So, vorletzte Runde, das heißt vierte Runde von fünf. Dieser Kampf läuft ziemlich easy going. Ich habe immer noch volles Leben. Ah, jetzt kriege ich mal endlich was auf dem Deckel. Sonst wird es ja auch zu langweilig, oder? Also ich denke, da sollte man schon mal ab und zu mal was auf dem Deckel kriegen. Also Schaden kriegen. Sonst läuft es ja sehr eintönig. Ich bin gespannt, wie es im nächsten Kapitel beziehungsweise in den nächsten großen Kämpfen aussieht. Ich bezweifle, dass es krass schwerer wird. Also ich denke mal, im fünften Kapitel könnte es interessant werden. Aber im vierten sollten wir auch noch gut durchkommen. Na los, haut zu. Ja, sehr schön. So, vier Karten haben wir wieder gekriegt. Laut Informationen der oberen Anzeiger links. Sehr schön. Hui, wieder gestiegen. Sehr schön. Und das ist schon wieder fertig hier. 42, das ist auch fast fertig. Ist auch bald fertig. Das ist ja der Wahnsinn. Und die geht auch nach. Sehr schön. Hier gibt es auch ordentlich. Mal zwölf sogar. Hui. Tja, hier passiert nichts. Heißt, wir haben das hier soweit fertig. Es findet ein Turnier statt, bei dem Blanks weiter wetteifern und ihre Stärke unter Beweis stellen können. Doch bemerke niemand die schleichenden Schatten, die die Arena ins Chaos stürzen wollen. Dies ist ein spezielles Ranglisten-Event. Kämpfe in jedem Jobturnier um die meisten Siege. Ranglisten bla bla bla. Eventzeitdauer vom 15. Juni bis 12. Juli. Okay. Danke. Da bin ich nicht so scharf drauf. Vielmehr möchte ich jetzt herausfinden, wie wir jetzt so weitermachen können. Das ist angeblich noch gar nicht beendet. Wie jetzt? Okay. Äh. Ach da! Mensch. Ja. Okay. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Sorry. Tut mir leid. Dann wollen wir keine Zeit verlieren und direkt dort einsteigen. Gut, wir haben fünf Runden. Wir haben leichte Gegner in der ersten Runde. Die kriegen wir super schnell weg. Da bin ich mir sicher. Ja. So. Wie gesagt, die erste Runde ist weg. Jetzt die zweite. Einmal noch zuhauen. Komm. Wunderbar. Jetzt haben wir schon die Hälfte geschafft. Jetzt noch die eben umhauen. Geht schnell, was? Dann gefällt mir richtig gut. Es ist einfach der Wahnsinn. So ein kleines bisschen haben wir noch vorletzte Runde. Und da haben wir ein Item bekommen. Sehr cool. Ich glaub, diese Folge ist das jetzt das erste Item, ne? Also ich krieg die nicht ganz so oft. Oh, wir haben auch noch gar keine Karte. So ein paar Gegner haben wir noch. Dann haben wir das nämlich schon. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was dann in dem hinteren Tor da passiert. Wir haben, glaub ich, grad noch ein Item bekommen. Das ist ja Hammer. Was geht denn hier gerade ab? Zwei Items, keine Karte. Ich glaub, das hatte ich noch nie. Das hatte ich wirklich, glaub ich, noch gar nicht. Aber ich will mich nicht beschweren. Ist auch in Ordnung. Sogar eine zweisternige. Das ist doch auch sehr, sehr cool. Genau. Welch guter Freund. Wir gehen natürlich direkt weiter und nehmen Cloud hier. Und werden gucken, dass wir den nächsten Kampf auch locker schaffen. Wir haben wieder fünf Kampfrunden, so wie es aussieht. Und in der ersten haben wir, ja, recht leichte Gegner, würde ich sagen. Ein paar Schläge und die sind auch weg. So, den noch eben. Und schon sind wir in der zweiten Runde. Wir haben sogar eine Karte bekommen. Sehr cool. Wieder etwas mehr zum Verkaufen. Apropos Verkaufen. Das muss ich gleich zwischen den nächsten Folgen machen. Nicht, dass ich das vergesse. Ein bisschen Gill ist immer gut. Und wir brauchen leere Taschen. Ich bin auch in letzter Zeit wieder am überlegen, ob wir die noch ein bisschen mehr verkaufen. Weil wir hauptsächlich nur bestimmte Karten nutzen. Aber andererseits, wann kriegt man mal die anderen schönen Karten oder beziehungsweise die anderen Karten, die ich eigentlich aufheben wollte für die anderen Jobs. Wann kriegt man die mal wieder? Man kann sie wahrscheinlich kaufen oder sonst irgendwie. Aber wozu immer verkaufen und kaufen und sowas. Einfach mal sammeln, die man haben möchte. Und dann reicht das, denke ich. Ich habe nämlich eigentlich immer einen Sammelwahn. Ich möchte eigentlich immer alle einmal haben. Also in vielen Spielen ist das zumindest so, dass ich die Items immer gerne haben möchte. Aber das geht hier natürlich nicht. Sonst müsste ich Echtgeld zahlen, damit ich die Ingame-Währung bekomme. Aber die Ingame-Währung kann man nach und nach selber ja auch bekommen. Je nachdem, wie lange man wartet. Man muss halt ein bisschen Geduld haben. Dann klappt das schon. So, auf in die letzte Runde. Drei Gegner, wenn ich das richtig gesehen habe. Der erste auch schon im Schock. Sehr schön. Mit einer Karte, die er uns gegeben hat. Das freut mich richtig. So, jetzt den nächsten. Den haben wir auch weg. Und jetzt noch ein Gegner da. Und dann haben wir schon wieder das nächste geschafft. Ach, herrlich. Zwei Karten, kein Item. Boah, das geht. Ich hätte schon gerne Items, aber... Was soll's? Und, was ist drin? Fertiger Ticket. Yay. Okay. Ja. Ich habe eine Frage, wenn ich etwas über die Begründung hören kann. Ich habe eine選ung? Die Blanker haben keine Hoffnung von den Khaos schocken. Schon, ihre Fates sind geöffnet. Aber, auch so, sie glücklich sind in den Kampf um ihn zu schützen. Warum das ist das? Sie wissen, was das ist? Es ist weil sie die Hoffnung haben. Die Ehreinigung der Todes in der Krieg. Sie suchen eine Heilung in einer kleinen Beziehung dieser Glück. Wenn die Gefahr auf ihre größte Höhe, die Menschen sterben in der Namen der Hoffnung. Oh! Oh! Die Menschen sterben durch die Hoffnung. Sie sterben im Namen der Gefahr. Was sagst du? Geh jetzt, wenn du möchtest. Ich wünsche für ein Krieger der Licht zu kommen in dieser Welt. Aber ich bin nicht wünsche, dass es dir sein wird. Ich fühle, dass keine Licht entsteht von dir. Vielleicht wäre es gut zu denken. Ich fühle mich an das. Lebe als einer unter vielen nämlosen Blanken, die sich zu einem kleinen Speck der Hoffnung befestigt. Oder spüre diese Hörte-Existenz. Und suche statt, die gläubige Todes in der Krieg zu sterben. Ja, das ist doch mal ein Gespräch gewesen zwischen Leuten. Was soll man da groß ehrlich gesagt sagen? Das ist der Wahnsinn gerade. Entweder wir machen weiter oder wir hören auf. Aber natürlich, wenn wir weiter das Spiel spielen wollen, dann müssen wir einfach weiter. Es gibt gar keine andere Wahl. Und wir sind der Krieger des Lichts. Da bin ich überzeugt. Aber ich bin nicht überzeugt, dass es tatsächlich eine Prophezeiung gibt, dass es irgendein Blödsinn, was die Leute sich da ausgedacht haben. Und dieser Fox, das ist auch immer so fraglich, wann der immer mal auftaucht. Das finde ich auch sehr, sehr komisch. Aber das finden wir alles in der nächsten Folge heraus, was mit diesem Runentempel jetzt so weitergeht, wie viele Etagen es hat. Und dann gehen wir ins nächste Kapitel wahrscheinlich. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Tschüss. Wir sehen uns dann in der Freude wird eine